Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crypto and More. Oh, hör auf, bitte so zu lachen, Alter. Ich nehme jetzt nicht nochmal neu auf, das bleibt so, ist mir jetzt scheißegal. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crypto and More. Wir sind weiterhin in der gleichen Aufnahmesession. René fand es jetzt lustig, euch frohe Weihnachten zu wünschen. In acht Monaten. Ne, sieben. Na doch, acht. Ist egal. Völlig egal. Wir starten direkt durch. Wir hatten ja letzte Woche in der Folge über schlechte Eigenschaften gesprochen. Und heute dachte ich mir, wir nehmen uns mal das Thema Selbstständigkeit vor, also ein bisschen auf Business bezogen mäßig. Hab den Aspekt, ihr wisst, die vorletzte Folge habe ich mich ein bisschen viel mit Social Media beschäftigt, zwecks, ja, gutes Mindset, um das mal so ein bisschen so drüber zu bringen oder mach die beste Version aus dir selber. Das ist, wie gesagt, der Spruch, der immer hängen geblieben ist, der einzige. Und in diesen ganzen Social Media Seiten, auch auf TikTok und Instagram, wird ja immer, immer mehr über Selbstständigkeit gesprochen. Jeder gefühlt, der 16 ist heutzutage, will Influencer werden. Jeder will sich selbstständig machen. Jeder will Dropshipping oder, ich glaube, Dropshipping ist mittlerweile ziemlich ausgelutscht, aber egal, wird auf jeden Fall viel auf Social Media weiterhin mit diesem Thema geworben. Und deswegen dachte ich mir, wir reden heute mal ein bisschen so über Thema Selbstständigkeit. Was ist mir persönlich wichtig? Was ist vielleicht auch René ein bisschen wichtig so? Der ganze Bezug, wie startet man möglicherweise in die Selbstständigkeit? Wir hatten ja auch privat vorhin ein bisschen das Thema, oder was heißt vorhin, die letzten Tage auch mit Steuerberater und sowas, dass wir da auch mal vielleicht mal kurz drüber quatschen und sowas. Vor allem bei Thema Selbstständigkeit ist das jetzt auch nicht so ohne. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt auch mal direkt rein. Und zwar, erste Frage so an dich. Wie hast du in deiner Selbstständigkeit gestartet? Hattest du vorher einen Plan? Hattest du einfach gesagt, jo, ich mach das jetzt. Wie hast du das gemacht? Gleich all in oder eher so ein bisschen passiv gestaltet? Ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen. So ein bisschen zumindest über diverse Themen davon. Ich habe einfach angefangen. Ich habe Elliot-Wellen-Analyse gelernt, weil ich das bei HKCM, Schulz und so relativ cool fand. Hatt mir gedacht, ey, das willst du auch lernen und können. Bücher gekauft. Hatt mir gedacht, ey, machst du YouTube-Videos? Und dann habe ich angefangen, YouTube-Videos dazu zu machen. Dann irgendwann Job gekündigt und Gipi. Und seitdem mache ich das einfach selbstständig. Ohne wirklich viel Plan und und und. Und da habe ich noch was zum Thema schlechte Eigenschaften. Schlechteste Eigenschaft ist, ich tue mich schwer damit, Businessplan und sowas zu schreiben. Ich auch. Mal so als Ansatz in diesem Bereich. Und ja, ich bin dann einfach reingestartet. Ich habe mir gedacht, YouTube-Kanal. Erste Idee ist, du machst das so ähnlich wie Schulz und entwickelst dich danach weiter. Entwickelst so ein bisschen deine persönlichen Spezifikationen, die dich so ein bisschen einzigartig natürlich machen. Und dann entwickelt sich das Ganze. Das ist mein Ansatz gewesen. Und jetzt, dann lernt man Leute kennen, lernt man ein bisschen Netzwerk kennen, lernt man Unterstützung kennen und und und. Und dann kommt man auch in gewissen Kreisen mit gewissen Leuten ins Gespräch und fängt an, sich dementsprechend dann halt auch so ein bisschen zu entwickeln. Wie ist das denn bei dir gewesen? Du bist ja mal nicht so Step-by-Step reingestartet. Erst noch 450-Euro-Basis gearbeitet und und und. Nee, ich habe, also ich habe ganz normal Ausbildung gemacht, habe dann Vollzeit gearbeitet natürlich. Also 38,5 Stunden die Woche. Habe gestartet, jetzt muss ich mal überlegen, 2020 bin ich ins Crypto-Space gekommen. YouTube habe ich, glaube ich, angefangen 2021. Und dann ist das ja alles erstmal komplett parallel gelaufen bei mir. Also wirklich das eine bei Crypto-Guru, wo ich natürlich weiterhin die Analysen schreibe. Dann das ganze YouTube-Zeug natürlich, was nebenbei so gelaufen ist. Und habe mich dann, ich glaube, meine erste Arbeitszeitreduzierung war dann, glaube ich, erst eineinhalb Jahre später. Ich glaube, die erste habe ich 2022 im Oktober, glaube ich, gemacht, dass ich das erste Mal, glaube ich, vier oder fünf Stunden runter bin mit der Arbeitszeit. Ich habe das wirklich komplett Step-by-Step gemacht. Ich habe halt immer so, also ich habe mir Ziele gesetzt. Das ist, finde ich, auch immer noch ganz, ganz wichtig, dass man das macht. Jetzt nicht ein Businessplan, da wollte ich dich gleich nochmal fragen. Ich habe mir Ziele gesetzt, die ich erreichen wollte, ging dann aber nicht, weil Crypto ist Bullenmarkt und Bärenmarkt. Es gibt halt diese Phasen und so und die bringen dich dann halt doch ein bisschen aus dem Konzept. Alles steigt, du bist euphorisch. Da habe ich gehofft, okay, ganz, ganz schnell in die Selbstständigkeit zu gehen. Dann kam Crash, also Bullenmarkt vorbei, ab in den Bärenmarkt und dann hat sich das Ganze noch ein bisschen gezogen. Und bin dann jetzt seit, also September war mein letzter Arbeitstag und im Oktober habe ich es jetzt dann endgültig jetzt mal geschafft, in die Selbstständigkeit zum Glück reinzukommen. Aber es hat sich über, insgesamt ist, glaube ich, knapp drei Jahre gezogen, bis ich überhaupt so weit war, um zu sagen, okay, ich kündige jetzt. Einerseits mit Rücklagen, andererseits auch natürlich mit fixen Einnahmen. Das war mir aber auch wichtig. Das ist so Thema vielleicht Schwäche, noch von letzter Woche, um das vielleicht nochmal ganz kurz zu verknüpfen, weil du ja auch noch einen Punkt hattest. Ich bin so ein Sicherheitsmensch. Also ich brauche extrem die Sicherheit, dass es klappt, dass die Einnahmen natürlich durchgehend drin sind. Also ich hätte wahrscheinlich nie gekündigt, wenn ich einen Bruchteil nur der Einnahmen hätte, so weißt du. Also es musste bei mir so sein, es muss sich lohnen, es muss mehr sein, auf jeden Fall die Selbstständigkeit, als wenn ich jetzt in meinem Job drin bleibe. So hat es bei mir gestartet. Hattest du, hast du dir echt einen Businessplan am Anfang gemacht? Also wirklich, wo du gestartet bist? Nein. Also ich dachte schon. Die Phase habe ich halt jetzt so ein bisschen, wo ich mich immer mehr damit beschäftige, das alles in ein Konzept zu bringen und und und. Und dann ist es halt Ziel, das Step by Step abzuarbeiten und das halt auch in der richtigen Reihenfolge zu machen. Ich finde es anstrengend, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich da auch wieder eine Milliarde Ideen zu im Kopf habe und das alles runterschreiben. Dauert halt so ein bisschen, ist halt so ein bisschen Aufwand und ich drücke mich so ein bisschen um das Thema. Also die grobe Richtung ist klar, wo es hingehen soll, was für Entwicklungsschritte noch kommen sollen, was für Automatisierungsprozesse noch kommen sollen und und und. Und der Weg dahin ist halt nun mal langwierig. Und zum einen müssen ja natürlich auch noch Tutorials gemacht werden. Indikatoren müssen geschrieben und gecodet werden und und und. Und das zieht sich halt Step by Step. Es dauert wirklich seine Entwicklungszeit, bis man da ist, wo man halt einfach auch hin möchte. Das darf man nicht vergessen. Du hast es gerade gesagt, du hast drei, dreieinhalb Jahre gebraucht, bis du da warst, wo du jetzt bist. Drei Jahre, ja. Ja, drei Jahre, wenn ich mal jetzt überlege, mit YouTube hattest du gesagt, ne? Ja. Bist du jetzt bei drei Jahren. Wenn ich mir das jetzt mal bei mir angucke, ich glaube, ich mache noch keine drei Jahre YouTube. Nein, seit 22. August, ja, August 22 ungefähr bin ich dabei. So, was soll ich da erwarten? Ich bin gerade in meinem zweiten Jahr. Ja, es dauert. So, und wenn es jetzt noch anderthalb Jahre sind, dann ist das so. Ich meine, ich komme über die Runden gut wirklich, definitiv, aber alles kommt mit der Zeit. Man braucht Ruhe, Gelassenheit und man braucht vor allen Dingen eine Idee, Einsatzbereitschaft und es sollte etwas sein, wofür man die Leidenschaft hat, dass man dazu dann Step by Step auch eine Disziplin entwickelt und eine gewisse Routine. Findest du, also weil ich bin ja eher Fan so von Ziele setzen und auch Ziele da möglicherweise umsetzen, macht es Sinn? Jetzt mal als Beispiel, du müsstest jetzt komplett neu starten. Du hast jetzt zum Beispiel Idee, boah, keine Ahnung, bleiben wir jetzt einfach mal beim Thema YouTube oder du willst dich generell einfach selbstständig machen. Macht es Sinn, sich vorher einen Plan zu setzen? Wie willst du das Ganze umsetzen? Also ich muss schon dazu sagen, ich habe mir schon viele Gedanken gemacht. Natürlich, du brauchst ja für YouTube zum Beispiel, du musst dich erstmal um das ganze Equipment kümmern, musst dich erstmal mit dem ganzen Thema auseinandersetzen. Wie funktioniert YouTube? Brauchst Laptop, brauchst OBS und sowas, musst du dir alles erklären. Macht es Sinn, sich vorher das alles aufzuschreiben? Weil es gibt ja, ich finde, das ist das, was mich so auch an diesem Ding gestört hat, wo ich auf Instagram und TikTok unterwegs war. Da sagen dir die Leute einfach mal so locker dreist, du musst jetzt sofort starten, du kannst kündigen und so, innerhalb von vier Wochen wird das ganze Ding laufen und sowas. Ich finde, da sind so ein bisschen, es ist ein bisschen zu euphorisch gestaltet. Ich finde, dieses Thema Selbstständigkeit wird teilweise ein bisschen zu locker auf Social-Media-Kanälen beworben, wie es eigentlich ist, weil da gehört schon eine Menge Arbeit dazu. Ich meine, es ändert sich ja so alles, wenn du so versuchst, so eine Selbstständigkeit auch aufzubauen. Ja, klar, du bist ja völlig für dich selbst verantwortlich. Du hast kein äußeres Gerüst mehr, was dir Sicherheit und Halt gibt, wie dein Arbeitgeber, der dir einen geregelten Tagesablauf quasi gibt oder früher Schule oder Universität und, 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 sondern nein, du bist komplett von A bis Z auf dich alleine gestellt und musst das alles selber Step by Step regeln. Das ist, finde ich, die aller, allergrößte Umstellung dahinter, sich selber zu organisieren und managen. Und vier Wochen, das ist einfach übertrieben, es funktioniert nicht in vier Wochen, es funktioniert meinetwegen auch nicht in acht Wochen. Vielleicht hast du einen Glücksfall dabei, der das in null Komma nichts schafft, so, aber das sind dann Ausnahmen und da ist dann auch einfach Glück im Spiel, worauf man keinen Einfluss hat. Und beim Trading ist es ja dasselbe. Geduld und Ausdauer, das ganze Ding ist ein Marathon, auch wenn du dich selbstständig machst und aufbaust und, 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 dann kommst du früher oder später mit gewissen Themen in Kontakt, Buchhaltung, Steuern, Cashflow und, und, und. Das sind alles Themen, die Step by Step dazukommen. Und wenn ich jetzt nochmal von vorne anfangen müsste, ich würde einfach hingehen, wirklich ein bisschen auf YouTube googeln, mir Inspiration holen, ein bisschen auf Amazon schnüffen, halt Equipment zusammensuchen, gucken, okay, ah, wie teuer, Geld dafür sparen und dann let's go. Und wenn das Equipment da ist, dann Learning by Doing einrichten, Thumbnails gestalten und, und, und 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 das alles dann einfach vorbereiten. Medialfall sich dann auch so einen Wochenplan erstellen, wann kommen die YouTube-Videos, wann streamst du, wann passiert dies, das, jenes und so. So, dass man da schon anfängt, eine gewisse und klare Struktur zu etablieren, die einem Sicherheit und Kontinuität gibt. Ja, Struktur finde ich auch extrem wichtig. Also, wie du es gesagt hast, wenn man selbstständig ist, muss man sich einfach komplett selber organisieren. Man ist für sich selber verantwortlich und da gibt es dann keinen Arbeitgeber mehr, der dir halt so sagt, ja, du hast jetzt das und das zu tun. Nee, du musst, es ist ein komplett anderes Life, so gefühlt. Wenn du plötzlich aufstehst, du stehst auf für dich selber, du musst deine Arbeit machen, du musst dich um Rechnungen kümmern, das ist auch so ein Ding und auf jeden Fall Gewerbeanmelden. Das sind alles so Sachen, da muss man sich halt Gedanken machen, auch mit Steuerberater und sowas, ist extrem wichtig. Ich glaube, ich wäre komplett aufgeschmissen, wenn ich keinen Steuerberater hätte. Also, das sind so Dinge, die gehören halt einfach dazu, die kosten auch Geld und das sind alles so Sachen, die man sich natürlich auch Gedanken machen muss. Es ist nicht nur Geld kommt rein, Geld geht natürlich auch raus mit, wie du auch sagst, teilweise Equipment, Steuerberater. Steuer generell ist auch kein schönes Thema, aber damit muss man sich halt auseinandersetzen. Und da braucht man auch einen guten Steuerberater und da würde ich auch nicht den Erstbesten so gefühlt nehmen. Da gehört einiges dazu, worüber man sich dann auch schon im Vorhinein Gedanken machen kann oder auch sollte. Vor allem, wenn du, wenn man so wie ich macht zum Beispiel, dass man das so parallel aufbaut über zwei, drei Jahre und das so funktioniert, hat man natürlich noch nicht so Druck. Dann baust du über zwei, drei Jahre das auf, kannst du nach und nach dich mit allen Themen auseinanderzusetzen. Deswegen war ich noch nie Fan davon, von heute auf morgen einfach so zu kündigen und sagen, jo, ich bin jetzt selbstständig. Ich glaube, das funktioniert, glaube ich, in den wenigsten Fällen, außer du hast halt ein richtig, richtig gutes Business, wo es sich lohnt, beziehungsweise wo die Einnahmen halt von alleine schon reinkommen, so in der Art. Ja, das hast du ja auch in den seltensten Fällen. Ich meine, ich sage jetzt wieder was und ich hoffe, keiner fühlt sich dazu angestiftet. Wir leben in Deutschland in einem Sozialstaat. Also je nachdem kann es funktionieren, wenn du direkt kündigst. So vor allen Dingen, wenn du halt, sage ich mal, wenn du jetzt in der Situation, es muss halt situationsangepasst sein. Wenn du jetzt, sage ich mal, ich hatte auch einen Drei-Schicht-Job eine Zeit lang, klar, ich habe Ausbildung gemacht und, und, und. Und bin dann auch Drei-Schicht-Arbeiten gegangen, früh, nachts, spät und habe darüber dann halt auch gut Geld kassiert über Nachtschicht und, und, und. Und in dieser Anfangszeit, wo ich dann natürlich auch Elliot-Wellen gelernt habe und so weiter und so fort, hat sich das angeboten, das dann halt weiterzumachen. Und wenn man halt in dieser Situation ist, okay, ich habe vielleicht nur einen 1.200-Euro-Job und ich komme ganz knapp über die Runden, kann mir quasi kaum was leisten, mein ganzes Geld geht schon für Sprit, für die Arbeit drauf und so weiter und so fort. Und du stehst halt in dieser Situation. Was kann dir passieren, stelle ich mal so einen Fall als Gegenfrage. Wenn du was hast, wofür du dich wirklich interessierst, wo du sagst, ja, das mache ich, mein Job macht mich so krank, keine Ahnung, ich fühle mich da überhaupt nicht wohl. Und wenn du nichts hast in Deutschland, was soll dir passieren? Guck doch, was die Leute dir anbieten und, und, und. Es gibt Unternehmenszuschüsse und so weiter. Es kommt dann ja natürlich auch das Business an, was man machen möchte. Je nachdem, situationsabhängig, ist das auch nicht die verkehrteste Lösung. Es gibt da nicht den Idealweg. Jeder entwickelt sich so ein bisschen anders. Man muss sich nur die Frage stellen, ist man bereit, die ganzen Hürden und Hindernisse zu meistern und die ganzen Rückschläge zu akzeptieren, die man kassiert? Es gehört auch dazu. Also, Rückschläge gehören sowieso dazu, egal wie. Damit muss man auch klarkommen. Also, egal wie gut dein Business läuft, es kommen immer mal Situationen, wo du dran scheiterst möglicherweise oder wo irgendwas dazwischen kommt oder wo es halt immer nicht so läuft, wie du denkst. Das sind aber auch so Sachen, die musst du halt lernen und sowas. Und lieber früher als später. Ich denke vor allem, am Anfang sind halt so die Sachen, wo viele dran scheitern, weil es mal eben nicht so gut läuft, denke ich mal. Ja, und dann voraussichtlich dann gegebenenfalls sich davon einschüchtern lassen, deswegen aufgeben, sich ein bisschen hängen lassen und, und, und. Aber einfach weitermachen. Die Rückschläge, die sind, finde ich, alle normal, selbstverständlich. Die gehören dazu und man kann daraus lernen. Und selbst wenn das Business dann nicht funktioniert, ihr könnt aber sowas vorweisen, was ihr gemacht habt, wie ihr habt eine Webseite gestaltet, ihr hattet einen klaren, routinierten Tagesablauf, ihr konntet euch selber organisieren, ihr konntet das Projekt organisieren und dann haben euch am Ende die Kunden gefehlt, weil kein Marketing oder so und euer Business geht, sag ich mal, kaputt. Dann könnt ihr euch immer noch wieder bei irgendeiner Fähre mal bewerben als, was sind denn jetzt gute, halbwegs passable Jobs, als Produktionsleiter zum Beispiel. Ja, Handwerk musst du ja, sag ich mal, gelernt haben, aber so Produktionsleiter, wenn du im Vorfeld jetzt Ausbildung auch im Chemiebereich gemacht hast oder irgendwas in dieser Richtung und dann bewirbst du dich als Produktionsleiter in der Chemiefirma, warum nicht? Du hast gelernt, dich selber zu organisieren, du hast gelernt, Arbeit zu organisieren, du hast gelernt, deine eigene Arbeit zu erledigen. Und was brauchst du allgemein auf einer leitenden Position? Leute, die Dinge organisieren können. Ihr müsst nicht das Handwerk dann direkt können, was da hergestellt wird, aber ihr müsst das organisieren können, Leute managen können und, und, und. Und selbst wenn das Business schief geht, habt ihr das immer noch daraus gelernt und könnt gegebenenfalls sogar nochmal von vorne anfangen. Heißt ja nicht, dass dann alles over ist, nur weil euer erstes Business gescheitert ist. So, come on, wenn ihr reich werden wollt, wenn ihr Knete verdienen wollt und vermögend sein wollt, dann werdet ihr immer einen Weg finden. Ja, vor allem in der heutigen Zeit steht so viel offen, so auch, ne, das ist halt, es gibt hunderttausend Möglichkeiten, wie du irgendwie dir irgendwie ein Business aufbauen kannst. Bei mir ist es ja auch nicht nur YouTube, ich habe ja auch noch zwei, drei Sachen, die nebenbei einfach so laufen, die dann halt zusätzlich irgendwie noch dazugekommen sind, ne. Also Möglichkeiten gibt es genug, man muss halt einfach am Ball bleiben, das ist halt auch extrem wichtig und auch, wie gesagt, aus Fehlern einfach lernen. Das ist, ist einfach so. Und Rückschläge gehören dazu, man muss halt auch das Beste draus wieder machen, beziehungsweise auch damit klarkommen und aus den Fehlern dann auch wiederum halt einfach lernen. Was mir noch so gekommen ist, ähm, weil ich das auch vorletzte Woche, glaube ich, in der Folge drinnen hatte, hast du Kritik bekommen aus deinem Umfeld? Also wo du gesagt hast, hey, ich will mich jetzt selbstständig machen? Ja, natürlich, permanent, so gefühlt. Wie bist du damit? Leute, am Anfang hat es mich wütend gemacht, so dass ich auch hätte direkt mit den Leuten diskutieren können. Ich habe mir gedacht, einfach Schnauze halten, ignorieren, mein Ding machen und ist okay. So, am Anfang bin ich deswegen dann noch mal mit eskaliert und habe mit den Leuten debattiert. Ansonsten, mein Vater ist dagegen gewesen, er findet das immer noch nicht geil. Ansonsten, andere Leute aus der Familie auch, ist okay, muss man einfach drüberstehen. Oder man muss es ja auch nicht direkt jedem auf die Nase binden. Und bei den Eltern kann ich mir halt vorstellen, das sind Menschen, die machen sich einfach nur Sorgen. Oder die ältere Generation, die sehr viel aus dem Handwerk kommt, sagt, Junge, du musst doch was lernen und du musst doch auf die Baustelle gehen, Ausbildung machen. Oder irgendwie sowas. Wie sah das da bei dir aus? familiär, muss ich sagen, hat meine Mutter mir immer Rückhalt gegeben, sage ich jetzt mal. Also sie hat nichts dagegen gesagt, dass ich mich selbstständig machen will. Sie fand es halt gut, dass ich das halt nebenbei alles so gemacht habe. Also jetzt nicht gesagt habe, von heute auf morgen ich kündige, sondern das mit Plan gemacht habe. Gab aber auch andere, die halt gesagt haben, bleib doch in deinem sicheren Job und warum machst du das? Und das funktioniert eh nicht. Und vor allem am Anfang, beziehungsweise jetzt auch Richtung Ende hin, bevor ich dann wirklich gekündigt habe, beziehungsweise wo ich weg bin, trotzdem immer wieder, trotzdem diese Sprüche, oh, jetzt kündigst du bei deinem sicheren Arbeitgeber und bla 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 und sowas. Es hat am Anfang, hat es schon ein bisschen gekränkt, würde ich sagen. Auch so ein bisschen, muss man erstmal mit klarkommen. Aber mittlerweile gebe ich einen Scheiß drauf so, um es mal freundlich auszudrücken, was die Leute so darauf geben. Ich meine, ich kann zufrieden sein mit dem, was ich erreicht habe. Aber ich habe mir auch so gedacht, warum wünscht ihr denn nicht einfach den Personen einfach am Anfang mal Glück? Also Glück ist auch ein Scheißwort, weil dann heißt es, öh, der hat es nur durch Glück geschafft. Aber freut sich, dass... Erfolg wünschen. Was? Erfolg wünschen. Erfolg wünschen, ja. Das zum Beispiel. Glück ist nämlich echt ein Scheißwort, wenn man mal drüber nachdenkt, dass man einfach nur alles aus Glück geschafft hat. Und nee, aber habe ich mir auch so gedacht, warum sagt ihr denn nicht einfach so, ja, finde ich cool, wirst schon deinen Weg gehen, so in der Art. Warum muss man denn das immer dieses so negativ auslegen den Leuten? Und das war am Anfang echt schon ein Drücker, wo du auch erstmal schlucken musst. So irgendwie, ja, gefühlt keiner glaubt an dich, außer, wie gesagt, ein paar Freunde, die nehme ich da auch in Schutz, die mich da jetzt jahrelang unterstützt haben und sowas. Aber es gab halt auch genug, die immer wieder so einen reingewirkt haben, wo ich mir dachte, ach komm, spart es euch doch einfach. Am Anfang belastete ich das ein bisschen mehr. So die letzten, ich sage es mal, das letzte Jahr über hat es mich dann aber einen Scheißdreck so interessiert. Ich habe gesagt, ich mache mein Zeug. Aber damit muss man halt auch umgehen können oder so seine eigene Einstellung auch haben. Hey, nee, es ist mein Business, ich ziehe mein Ding durch, egal, was andere sagen. Kritik gerne jederzeit so, aber halt nicht das ganze Business so schlecht reden, so in der Art. Ja, dann soll ja natürlich auch sowas Konstruktives zurückkommen, wie, ey, guck mal, das kannst du doch so und so besser machen oder gegebenenfalls, guck mal da. Oder irgendwie sowas halt direkt schlecht machen, das ist immer, finde ich, so eine echt schlechte Idee oder schlechte Eigenschaft, schlechte Angewohnheiten, ist auf jeden Fall immer sehr, sehr schade. Denn auch einfach drüberstehen, das hat dann ja auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Da einfach drüberstehen, sein Ding durchzuziehen, dazu zu stehen und sagen, ey, ja, ich mache das jetzt und ich kann das. Ja. Ja. Wie stehst du so, also nicht, wie stehst du finanziell da, sondern eher finanzielle Rücklagen? Ja, nein? Klar. Also, sollte man es haben, wenn man jetzt, beispielsweise du machst, du sagst jetzt, okay, dein Business läuft, jetzt gerade im Moment, du verdienst mehr als bei deinem Hauptarbeitgeber, sollte man trotzdem finanzielle Rücklagen haben? Wenn ja, wie viel? Grob jetzt einfach mal, was ist denn da so dein Richtwert? Boah, das ist so ein grober Richtwert, den muss jeder für sich selber halt auch einfach entscheiden, denke ich. So, wenn dein Business halt nebenbei läuft, dann musst du es halt direkt smart angehen und alles, was du damit schon über einen gewissen Zeitraum verdienst, natürlich alles beiseite legen. Vor allen Dingen in unserem Geschäft. Wir brauchen ständig liquides Kapital zum Investieren, um es wieder rauszuholen, um Positionen zu vergrößern, um Trades zu eröffnen und, und, und. Und um natürlich auch einen gewissen Cashflow zu ziehen. Da ist es nicht einfach mal, oh, ich gebe mal eben schnell das Geld aus. Nein, das muss kalkuliert, berechnet sein und, und, und. Und wenn ihr noch euren normalen Arbeitsplatz habt und ihr sagt, okay, ich habe am Anfang auch schon 300, 400 Euro beiseite getan oder lasst es in kleineren Beträgen 100 Euro sein und tue jetzt 150 Euro beiseite, ich verdiene über mein zweites Standbein dann jetzt, sage ich mal, nochmal 350 Euro im Monat dazu, dann leg diese 350 Euro auch direkt beiseite, so dafür, dass du sie dann hast. Oder du gehst natürlich hin, was die andere Alternative ist, reinvestierst das direkt in deinem Business wie Website, Google Research Analyse für die Website, um Klicks zu generieren und, und, und. Diese Optionen hast du halt. Das sind dann verschiedene Entscheidungswege, die du halt gehen musst, sollst, kannst. Und dann stellt sich einfach nur die Frage, wie machst du das am besten falsch? Irgendwo werden immer Hindernisse aufkommen, irgendwo wird es sich immer wieder zurückwerfen. So, ich würde nur hingehen und sagen am Anfang, ich lege erstmal einen guten Teil beiseite, sagen wir mal Beispiel, wir verdienen jetzt 500 Dollar mit unserem neuen Business im Monat dazu. Dann würde ich 50% beiseite tun, 50% reinvestieren. Das wäre so grob die Richtung, sage ich mal, wie ich das gestalten würde. Wie wäre das bei dir oder wie hast du das in deiner Anfangszeit gemacht? Also ich habe, solange ich noch Vollzeit gearbeitet habe, auch Teilzeit, muss ich ehrlicherweise sagen, alles beiseite gelegt, weil ich mir gedacht habe, es reicht noch nicht, um sein Leben zu verändern. Also sein Standard, der geht früher oder später geht dein Standard hoch, bin ich voll davon überzeugt, sobald du mehr Kapital hast, geht dein Standard hoch. Du gibst möglicherweise auch mehr aus. Der Bezug zu Geld geht vielleicht früher oder später mal verloren. Aber ich finde, solange du noch nicht hauptberuflich vor allem selbstständig bist und vor allem nicht, oder vor allem besser mal so gesagt, du arbeitest noch nebenbei, legst beiseite, ändert deinen Lebensstil nicht, weil das kann dir ganz schnell auf die Schnauze fallen. Wenn du jetzt sagst, boah, ich mache jetzt durch mein Business, 500 Euro im Monat passiv, boah geil, kann ich jetzt ausgeben, kann mir jetzt ein AMG leasen. Absolut falsche Einstellung. Also ich finde, sowas sollte auch erst ab gewissen Summen dann gemacht werden, wenn du auch genug verdienst. Und wie gesagt, man muss ja auch dazu, da kommen ja noch Steuern und Steuerberater und alles. Das sind ja alles Kosten, die früher oder später kommen. Deswegen bin ich Fan davon gewesen, alles beiseite zu legen, was ich nebenbei gemacht habe. Das entweder halt ins Business wieder zu reinvestieren, zum Beispiel neues Mikro, neuer Laptop und sowas. Das zum Beispiel zu machen, aber Lebensstandard weiterhin erst einmal Stand zu halten, bis wirklich dann du sagen kannst, okay, ich habe jetzt Summe X und sowas oder zum Beispiel sechsstellig jetzt im Jahr erwirtschaftet oder sowas. Dann kannst du vielleicht deinen Lebensstil ein bisschen anders umsetzen. Aber wie gesagt, ich bin Fan davon, das Geld beiseite zu legen. Also da wurde ich auch so erzogen, lieber was beiseite zu haben, weil es kann immer was passieren, was du jetzt auch gemeint hast. Das kann was Problematisches oder so, urplötzlich ist plötzlich auf dich zu. Und ich habe auch gesagt, ich will mindestens ein Jahr Rücklagen haben, wo ich gekündigt habe. Also dass ich wirklich ein Jahr sagen könnte, mit meinem Lebensstil, den ich vorher hatte oder den ich hatte, wo ich noch meinen Vollzeitjob hatte, dass ich den so weiterführen könnte und mir ein Jahr theoretisch, dass ich ein Jahr keine Einnahmen kriege, dass ich damit über die Runden komme. Aber das ist vielleicht ein bisschen viel für andere. Manche sagen, drei Monate sollte man immer beiseite haben. Ich habe gesagt, nee, dadurch, dass ich Selbstständigkeit mache, will ich mindestens ein Jahr über die Runden kommen, um mir gegebenenfalls in diesem Jahr ein neues Business oder sowas überlegen zu können oder irgendwie was Neues zu erlernen. Ja, finde ich solide. Hat für dich auf jeden Fall funktioniert. Und auf was für Luxusgüter oder so verzichtest du dann aktuell noch? Sag ich mal, wo du sagst, dein Standard könnte in der Hinsicht irgendwann hochgehen. Auto. Das ist aber so ein Traum. Das ist, also nicht Leasen wirklich kaufen. Auto, kein Lambo. Keine Sorge, ich werde mir niemals ein Lambo wahrscheinlich holen. Aber Standard an sich halte ich eigentlich immer noch bei, muss ich ehrlicherweise sagen. Natürlich, ich gehe jetzt gefühlt jeden Tag Kaffee trinken oder sowas. Das ist so ein bisschen Luxus erhöht worden, sag ich jetzt mal. Aber an sich will ich meinen Lebensstil eigentlich auch so beibehalten. Also, dass ich jetzt eher mir sage, okay, wenn ich jetzt in den Urlaub gehe, achte ich jetzt nicht so auf jeden Cent mehr jetzt genau, auch was das Hotel kostet oder sowas. Das sind dann eher so die Sachen, wo ich meine Ansprüche ein bisschen höher stecken würde. Auch Klamotten und sowas gebe ich einen Scheiß drauf. Ich gehe, wie gesagt, ich habe es in der letzten Folge gesagt, glaube ich, dass ich in Zara gehe oder sowas. Reicht mir vollkommen aus. Ich muss jetzt hier nicht mit Prada oder Gucci und so einen Scheiß rumlaufen. Da bin ich überhaupt nicht der Typ für. Wenn dann eher, würde ich sagen, okay, Auto ein bisschen hochschrauben, die Ausgaben. Und ansonsten, denke ich, werde ich sogar einfach ganz normal weiterleben. Also, ich habe jetzt da keine Riesendinger vielleicht mal ins Ausland zu ziehen. Das Thema hatten wir auch schon mal, dass man da vielleicht noch ein bisschen dann mal mehr Geld ausgibt. Aber ansonsten, mein Standard will ich eigentlich so ein bisschen beibehalten. Ja, finde ich solide. Bei mir sieht es auch so danach aus. Auto, Immobilien irgendwann noch mit dazu und und und. Das werden halt die nächstgrößeren geplanten Ausgaben irgendwann. Aber wann mal schauen, wenn einem so das Passende unter die Nase läuft und man schaut ja auch immer so ein bisschen nach. Also ich mache es so, ich schaue nach Angeboten zwischendurch. Macht ja auch mal Spaß, so ein bisschen einfach zu schnöwen. Einfach nach Angeboten suchen. Ich habe letztens zum Beispiel, du wirst es mir nicht glauben, einen übergeilen Maserati gesehen. Ich glaube, es war sogar ein V8 oder war es ein V6. Auf jeden Fall an die 430 PS. Das waren das 110.000 runter oder so und 15.000 Euro. Ah, den habe ich mir schon so eine halbe Stunde angeguckt. Aber dann habe ich mir gedacht, nein, auf gar keinen Fall. Das wären viel zu viele Luxusgüter und braucht man nicht. Ja, ich bin da, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin da auch so ein Fan. Ich würde mir, egal was ich so auf meiner Wunschliste drauf habe, da stehen eigentlich nur zwei beziehungsweise drei Sachen drauf eigentlich. Habe ich immer gesagt, die müssen finanziell geknüpft sein. Ich will mindestens das 10- bis 15-fache beiseite haben, um mir den und den Luxus kaufen zu können. Das sind so, weil das sind glaube ich auch so Sachen, die vor allem, wenn du selbstständig wirst und das Geld fließt dann möglicherweise, je nachdem, nach Business, dass du dann ziemlich schnell vielleicht auch sagst, jo, ich verdiene jetzt 10.000, boah, das erste, was ich mache, ist mir eine Rolex kaufen, so weißt du. Das ist auch gefährlich. Da muss man, man sollte das Gefühl für Geld weiterhin so behalten und sich da auch, sage ich mal, finanzielle Ziele setzen. Wenn du jetzt beispielsweise 100.000 im Jahr machst und du sagst, boah, wenn ich das Ziel erreicht habe, hole ich mir meine erste Rolex, ist okay, finde ich. Aber nicht, wenn du 10.000 jetzt das erste Mal gemacht hast, boah, geil, ich hole mir jetzt eine Rolex, weißt du. Da muss auch so der Sinn oder der Bezug zu Geld muss weiterhin erhalten bleiben. Ist ganz, ganz wichtig, finde ich, in der Selbstständigkeit. Ja, klar, man sagt ja auch am Anfang, die ersten 100.000 sind die schwersten, so ein bisschen. Nach dem Bordshund danach wird das ungefähr immer einfacher, Step by Step, einfach, weil man sich einmal daran gewöhnt hat, Geld zu sammeln. Und ihr müsst es nicht aus Zwang machen, sondern ihr müsst es einfach lieben, so ein bisschen Geld zu sammeln. Und ihr müsst dafür eine Leidenschaft entwickeln, Geld sammeln, wieder reinvestieren. Und da gibt es ja so die drei wesentlichen Standpunkte. Zum einen müsst ihr drei Dinge können. Geld machen oder Geld verdienen, Geld behalten und Geld verwalten. Das sind die drei wesentlichen Punkte, die ihr können müsst. Und dafür ist halt Buchhaltung wichtig, an der Stelle Mama sei Dank, um das Ganze wirklich schön ordentlich strukturiert zu haben und um halt Bilanz ziehen zu können. Geht ihr halt hin, schreibt euch auf, was gebt ihr im Monat aus, was legt ihr beiseite, was könnt ihr wo rein investieren, die und die Aktien. Okay, da und da gibt es die Dividende, nehmen wir mit. Okay, das Geld teilen wir auf in Portfolios für Wachstum und nicht Dividende, nehmen wir den mit. Und dann geht das Ganze, muss man sich halt mit auseinandersetzen, wirklich. Ja. Ne, also das ist glaube ich so ein Punkt, der wird ein bisschen unterschätzt. Aber da muss man einfach auf dem Boden bleiben. Und das Leben, und da kann man auch wieder einen Bezug zu Social Media finden, das Leben ist nicht so, wie es in Social Media dargestellt wird. Nur weil der Typ hier mit Uhren prallt oder was weiß ich was, ey, das ist ein Haufen Arbeit und sowas, gebt euer Geld sinnvoll aus, aber auch langfristig gedacht. Wie du es gesagt hast, man muss Geld verwalten können, man muss es anlegen können und sowas auch für schlechtere Zeiten eben. Nicht alles verprassen, boah, du bist jetzt Steuer null auf null rausgekommen, jetzt kannst du wieder ausgeben. Ne, da gehört auch ganz, ganz stark der Bezug dazu, wie Geld zu investieren und wie man das dann auch im Endeffekt weiter verwalten tut. Das ist ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall. Glaubst du mir, dass ich es schaffe, das in einem Satz zusammenzufassen, was man tun muss? Wenn du das jetzt zum Schlusswort gerne machen würdest, habe ich kein Problem mit. Ihr müsst Vermögenswerte kaufen. Ja. Wobei ich im Thema, meinst du Immobilien auch als Vermögenswerte? Immobilien können eine Verbindlichkeit sein, je nachdem, was du damit machst und was für einen Zustand das Ding hat. Immobilien kannst du auch absetzen, wenn der Vertrag noch läuft. Wie meinst du das gerade jetzt? Naja, du kannst ja, wenn du, du zahlst ja auch Zinsen auf die Immobilie, wenn du sie gerade abzahlst. Ja, klar. Kannst du wiederum absetzen. Das sind alle so Sachen, natürlich, ich würde aber, bin ich jetzt auch ehrlich, in meiner jetzigen Phase würde ich wahrscheinlich keine Immobilie mehr kaufen. Nicht? Zumindest nicht in Deutschland. Ja, das ist okay. Sehe ich ein. Ausland wahrscheinlich gegebenenfalls günstiger. Ja, steuerlich natürlich auch interessanter. Ich würde es nicht mehr machen. Aber wir können, ich habe ja auch ein paar Kontakte zu Immobilienmaklern. Falls es dich mal interessiert, können wir gerne mal eine Folge dazu machen. Meine Meinung, ich dachte schon da drin, Geschäfte machen. Wir können auch Geschäfte im Podcast machen. Aber auch mal, den seine Meinung vielleicht mal so ein bisschen einzuholen, was der so momentan einfach so zur Immobilienlage und sowas sagt, falls es dich interessiert. Ne, bin ich dabei. Dann frage ich ihn mal, ob er Zeit hat, weil natürlich ist es sein Job, aber ich glaube, der hat dann vielleicht auch nochmal so ein, zwei Punkte so, wo man sagen würde, okay, vielleicht ist es gerade überhaupt nicht attraktiv. Überhaupt eine Immobilie in Deutschland zu kaufen oder doch lieber ins Ausland zu gehen und sowas. Malen wir ein paar Gedanken und ich frage mal ein bisschen rum, wer Bock hat. Ja, ansonsten, Folge ziemlich lang gewesen. Ich glaube, das Wichtigste ist gesagt, oder? So Thema Selbstständigkeit und sowas. Ich bin fein mit alle. Top, perfekt. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, René, für deine Zeit. Lasst gerne ein Like überall da. Bewertet den Podcast auf Apple, Spotify, Deezer und was weiß ich, wo überall gerne dabei. Und ja, wir würden uns freuen. Like da lassen, teilen. Beim René auf dem, bei Puzzle Analytics bitte vorbeischauen und sowas. Mittlerweile markiere ich dich sogar, wenn ich die Folgen auf Ding hochlade, hier auf YouTube, weil ich das letzte Mal so angeschaut habe. Ja, habe ich gesehen. Ja? Ja, ist ja auch was. Ich gönne dir deinen Hack, endlich kriegst du dein verdientes Hack. Danke, wird dir auch mal Zeit. Wird Zeit, wird Zeit. Und ich habe es auch die letzten Male immer, auch wo ich die zwei Folgen alleine aufgenommen habe, habe ich es auch dazu gesagt. Ja, wird Zeit hier. Ja. Wird Zeit hier. Wurde echt Zeit. Gut, damit wünschen wir euch ein schönes Wochenende, würde ich einfach mal sagen. Und letzten Worte hast du wieder. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude, ein schönes Wochenende. Immer schön nett sein, sich ein bisschen weiterentwickeln. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Boing, flip! Boing, flip!